hallo und herzlich willkommen bei let's play seven days today ich bin benny und der daniel na ich bin der typ mit dem später kommenden uploads die so drei gigabyte dauern und fast ein tag dauern ist ehrlich so ich hab eine halbe stunde wir sind ja hier hatten wir das letzte mal aufgehört grund war service abgeschmiert und ich habe nicht auf die uhr geguckt und jetzt habe ich inzwischen zeit weiter gespielt sind auch nur 20 minuten wirklich genau 20 minuten habe ich weiter gespielt in dieser zeit habe ich schon mal ein bett geholt und war zum beispiel gequillt und meine erste woche das nächste was wir machen ist wahrscheinlich bett suchen antibiotika suchen weil ich geschlagen worden bin oder ich könnte mich auch selbst umbringen das wäre noch einfacher aber ja was du bist ein zombie ich muss dich leider umbringen was du bist ein zombie ich muss dich leider umbringen so geht das nicht weiter doch nein doch so geht das nicht weiter zuerst gibst du mir deine pfeile danach dürfte ich dich was für ein deal was für ein deal was für ein deal so eine kiste haben wir auch schon mal und ich glaube mal gucken dass hier ein Hase gestorben im Hintergrund ich kann noch kein Ding machen in dem Fall müssen wir wirklich suchen ähm was du kannst nicht krachen ja den Ofen weißt du ach du kannst nicht krachen den Ofen mhm den Stande kann ich brauchen das kann ich brauchen das kann ich im Moment nicht brauchen später aber schon wo zum Teufel bist du oben wo oben warte äh Richtung wessen mhm check 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 the back oder mach einfach track friend ich hab die schon gespited ja weißt du also kann ich dir jetzt erklären was ich wollte was weißt du das hier kann man ja eigentlich in dem Sinne von einer Seite kommen mhm das ist diese Seite oder wir gucken mal dort oben ich bin noch nicht da ich bin noch nicht da ich nehm erstmal Feder mit so mit auf den Weg hier ich hab Feder ich hab aber viele ich hab aber viele 510 Stock weil ich kann genau 14 Dinger machen 70 ich ich bist du naaa Zvenja ich hab kein bed naja ah doch ich hab noch ich hab noch du musst dann ich bin Daniel ja und davon können wir alles volle Bäume machen oder so what is this penis there oh what the was Daniel von wo die können die Seite auch kommen warte mal warte mal warte mal warte mal what is coming denn penis from he what is doing this here guck mal wir können auch dort hin hey no what is doing this here hey hello don't ignore me don't ignore me yes we do it ok gut dann hast du Holz i have Holz aber i can't doch i i can't ähm no let me speak english i'm too cool for you i'm too cool for you no ok ja i'm ok ich hole in mein Bett das lustig nicht wie das heißt ok mit gedütscht habe ich das mal wieder also mit gedütscht he komm wieder mit so jetzt eilig zu dir runter ich baue Leitern ich bin gut Deutsch oder das ist ein guter Deutsch oder ich bin ein Schweizer ich bin ein Schweizer ich bin ein Schweizer was ist der Geige ich betone das so stark rbbbbb krppk rzzzzzzzzd hrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ở Moment, ich kauf dir grad. Das kann man nicht so wie Minecraft machen, das nervt. Ach, schnell. Ich mach auch noch ein paar Leider. Lada. Wo ist ein Lada? Hier. Lada. Ein bisschen Stöckli brauchen wir. Stöckli. Boah, sieben... 15 Stück. 37 Sekunden, ey. Nein. Nein. Du müde. Lada. Hast du immer noch deinen Land-Clam-Block? Nein. Habe ich irgendwo hingesetzt. Nein. Ja, das sieht man auch nicht, weil ich die Aufnahme ja gelöscht habe. Ich mach mal den Fackelhelm. Damit man sieht, wo der Lada ist. Hier. Hier und dann fangen wir mal hier. Wie soll man hier eine Leiter rankriegen? Jetzt mal ehrlich. Wo? Frag mich das nicht. Geh weg. Ach, guck mal hier. Alter, sieht das hässlich aus. Mach einfach. Die haben nicht lange Zeit. Da komm schon zu einem Biss. Frag mich nicht. Ich hab die Knochen gebrochen. Noob. Ich bin oben. Aber die Zombies können auch rauf, ne? Echt? Geil dich. Geil. Einmal richtig gecraftet. Yay. Hä? Kannst du mal hier hochgehen? Später machen wir einfach eine ganz normale Leiter. Hä? Jetzt will... Eine Treppe, besser gesagt. Warte mal, ich mach mal das Ding hin. Davor du da ausrastest. Wieso kann ich jetzt nicht hoch? Was soll ich scheiße? Daniel hält sich auf. Was ist der Rassist, Mann? Hast du noch eine Leiter, Daniel? Ja, kann sein. Mach die mal da hin. Wow.